Die Energiegewende wurde 2011 von der Bundesregierung beschlossen. Und es geht dabei gar nicht darum, den erneuerbaren Stromanteil deutlich zu erhöhen, sondern die Ziele sind eigentlich, aus der Atomkraft auszusteigen und die Klimaschutzziele einzuhalten. Und das funktioniert bis jetzt noch nicht sehr gut. Es müssen also weitere Maßnahmen getroffen werden und das in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden zum einen weiterhin im Bereich Strom stattfinden. Und da geht es dann aber vor allem darum, fossile Kraftwerke abzuschalten und das erstmal zu ermöglichen. Es geht aber nicht nur um den Stromsektor. Es geht auch um den Sektor Wärme und um den Sektor Mobilität. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Damit die Energiewende ein Erfolg wird, müssen wir jeden und jede davon begeistern. Deswegen suchen wir eure Ideen. Der Form eures Beitrags sind keine Grenzen gesetzt. Also macht mit bei der Windnoach Challenge.